Hallo, mein Name ist Marie Ellinghaus und ich arbeite in der PTB als Fotografin. Und jetzt zeige ich euch meinen Arbeitsplatz. So, jetzt sind wir hier bei uns im Studio. Hier werden Lichter eingestellt und eingemessen. Und natürlich ganz wichtig, die Kamera. Hier arbeiten wir Fotografen und die Mediengestellter zusammen. Hier ist die Anna, unsere Ausbilderin, Frau Rufrey. Hallo. Grüß dich. Der Daniel. Dann werden wir jetzt die Tasche packen, weil wir jetzt noch ein Fotoshooting im Labor haben. Kamera vergessen, ich nehme euch natürlich mit. Das ist die Frau Kalmbach, unsere Kundin. Okay, wir fangen jetzt an mit unserem Aufbau. Ja. Also, Marie macht nochmal ein Bild. Dann kommt Frau Rufrecht mal rüber, die Belichtung zustimmt. Okay, ich habe euch ja vorhin kurz hier mit ins Studio genommen. Und jetzt möchte ich euch zeigen, zusammen mit Daniel, wie wir hier die Lampen aufbauen, die Kamera einstellen. Jetzt geht's zum letzten Schritt, die Bildbearbeitung. Es ist ein Teil unserer Ausbildung. Dann exportieren wir das. Dann speichern einmal als Tipp. Jetzt habe ich es abgespeichert. Dann sage ich den Mediengestaltern, wo es liegt, damit die das dann im Flyer weiter bearbeiten können. Ich bin es denn mal weg. Feierabend!